Ja, mormo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Ich muss mal kurz mein Inventar entleeren. Aber wirklich viel entleeren kann ich ja nicht hier. Ich muss langsam schon wieder zurück. Schon ordentlich Vorräter gesammelt. Aber, ne, es wird meine Müdigkeit nicht retten, ne? Ich glaub nicht. Ja, ordentlich Teil ist schon gesammelt. Die Munition können wir hier hinlegen. Schaut, die Munition behalten wir. Hier, trinken muss ich nichts. Das kommt auf jeden Fall da rein. Wie viel Essen wir haben, alter Schwede. So schnell werden wir nicht mehr vorhungern. Das kann ich euch sagen. Na gut, wir haben noch ein bisschen Platz. Noch ein bisschen können wir sammeln. Dann sollten wir allmählich zurück. Aber schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Die Straße führt in einen Berg. Die Straße ist verbuggt. Okay, die Map wird höchstwahrscheinlich noch erweitert, würde ich sagen. Dann gucken wir einfach mal in die Richtung. Ich meine, es gibt hier noch sehr viel zu sehen. Wir folgen ja bisher nur die Straßen. Aber sind nicht weiter in den Wald eingedrungen. Geht das hier noch weiter? Ich würde jetzt nicht umfallen. Ich möchte nur einen kleinen Roadtrip machen. Das sieht mir aus, als wäre da eine fette Villa. Oder die Straßen gerade erst neu platziert worden. Ich weiß es nicht. So, zu Glück habe ich Ersatz dabei. Eine Stadt. Wie cool. Ist doch bestimmt alles voller Zombies. Ob ich hier drauf gehen werde? Schreibt es in die Kommentare. Ja, brettet muss ich nicht mitnehmen. Schauen wir uns hier ein bisschen um ohne Auto. Logischerweise. Drei Zombies. Okay, bist du der Military-Man? Brokkoli. Wo kamst du bitte her? Ich war doch hier gerade drinnen. So ist... Ah, ich verstehe. Die Sachen sind neu gespawnt. Deswegen liegen überall zwei Sachen. Das heißt, wenn wir zurückgehen, würden wir wieder Sachen finden. Die haben wir ausgeschaltet. Junge, 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 Junge. Ich weiß nicht. Mit den Zombies will ich mich nicht anlegen. Hier ist das saugefährlich. Aber noch leer. Die Entwickler haben hier noch nicht viel gemacht. Die Straße sah auch ziemlich neu aus. Es sah aus, als wäre sie komplett neu gemacht. Ich nehme, was ich bekommen kann und bin weg. Seht ihr? Überall sind Doppelsachen. Ja, die werden dahinter sein. Ich wurde gerade geschubst. Die werden dahinter sein. Mir ist der Zombie und mir ist das Zombie. Ist da irgendwas, was ich unbedingt haben möchte? Ich glaube nicht. Laufen wir hier weiter rum. Durchkämmen mal das Gebiet, was es hier so schönes gibt. Und hauen dann schnell wieder ab. Ich werde ehrlich gesagt hier nicht länger bleiben, als ich muss. Mir gefällt das nicht, dass ich hier auf einem Silbertablett serviert werde. Okay, da war nur eine Sache. Oh. Das war nur ein Ausgang. Das hier sieht auch noch ziemlich unwertig aus. Ja. Wir sind also in ein Gebiet vorgedrungen, das eigentlich noch nicht existiert. Bam, 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 bam. Aber die haben schon ein paar Sachen platziert. Find ich ja schon mal ganz cool. Oh. Hier fliegt noch Müll durch die Gegend. Und ich wundere, dass ich gerade so still bin. Ich versuche, Schritte zu hören. Weil wo einer ist, sind bestimmt noch mehr. Oh. Hier sind bestimmt wieder welche. Sieht wieder aus wie so ein Lager, ne? Aber ich sehe hier niemanden. Oh. Guck mal, das Auto ist doch heil. Da kann man doch einsteigen und losfahren. Guck mal, wie heil das Auto aussieht. Toll. So kann ich damit nicht fahren. Nichts. Nicht einmal Loot. Aber das wird mal ein Lager werden von denen. Ja, davon kann man ausgehen. Da geht es, glaube ich, auch nicht weiter, ne? Sieht so aus, als wäre das Denton abgesteckt. Guck mal, die Autos sind hier alle heil. Faszinierend. Okay, zurück zum Auto, würde ich sagen. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Es ist noch ein unfertiges Gebiet. Können wir in der zweiten Staffel mal vorbeischauen und gucken, wie sich das entwickelt hat. Also, dann schauen wir uns da weiter um. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Äh, wir haben auch noch einen halben Monat Zeit. Dann müsste ich, äh, in Fallout Beta sein. Da freue ich mich schon drauf. Wer weiß, ob hier noch mehr von diesen Typen rumlauern. Ich bin sowieso überrascht, dass es nur einer war. Eine Patrouille hier vielleicht? Wer weiß. Das war bestimmt auch so ein Random-Typ, der mich hier letztens angeschossen hat. Ich wette. Und dann hat er sich verpisst, wie so ein Feigling. Da ist mein Auto, ja. Oh, endlich wieder fahren. Ich habe keine Ausdauer mehr. Bisschen ätzend. Und der muss da ja gespawnt sein, weil ich da gerade rauskam. Die spawnen wahrscheinlich immer so rein zufällig. Ich habe das Gefühl, dass es wie bei, ähm, The Forest, dass je länger du spielst, äh, umso mehr Feinde kommen, beziehungsweise umso stärkere Feinde kommen. Ich denke, das werden nicht die einzigen Feinde sein, die wir hier antreffen dürfen. Äh, wir lassen uns mal überraschen. Okay, da geht's nicht weiter, ne? Nee, da geht's nicht weiter. Hier wurde die Web-Leiter noch nicht weitergebaut. Schade. So, hier sind wir wieder in der Stadt, ne? Ach, das Motel. Komm, gehen wir nochmal hier hin. Gute alte Zeiten. Alles noch leer. Ja. Hier ist noch nichts platziert worden. Schade. Hups. Huch. Okay, wenn man sein Auto beim Drehen aus Versehen ausmacht, dann dreht man sich sehr, sehr schnell. Das merken wir uns einfach mal, falls ich das mal brauche. Wie schnell man sich dreht. Ah. Äh. Ich hab den Motor ausgemacht. Ich hab vergessen, dass da eine Schranke ist. Den Motor, den brauche ich ja nicht. Scheiße. Hast du gar nicht das kaputt gemacht, was ich zurückgelassen habe, ne? Shit. Ich muss zurück in die Stadt. Und zwar schnell. Fuck. Ah, das geht doch nicht. Oh, scheiße. Ich brauche einen neuen Motor. Ich hoffe, ich finde da einen. Das ist jetzt ungünstig. Ah, es lief alles so gut. Es lief alles so gut. Bis ich wieder alles kaputt gemacht habe. Ich Idiot. Guck, vielleicht kann ich mich die Nacht über irgendwo verstecken. Tür zu und dann gib ihm. Schlafen. Natürlich hab ich jetzt keine Ausdauer mehr. Wenn hier in der Stadt jetzt nichts ist, ne? Junge, dann habe ich ein Problem. Der Anfangsgebiet der Stadt war, glaube ich, aber noch gut befüllt. Buß. Ja, Nägel kann ich ja nicht immer machen, oder? Ich bin durstig. Ja, gut. Ich baue eh noch Platz für einen Motor, also. Vielleicht finden wir hier eine Werkbank, dass ich einen Motor bauen kann. Ich weiß es nicht. Habt ihr da einen Motor, Jungs? Ich frage nur für einen Freund. Da ist nicht zu viel Motor drin. Scheiße. Die Munition würde ich gerne mitnehmen. Hier liegt so viel Essen rum und alles. Und wo werde ich mich jetzt über die Nacht schützen? Ich sehe keinen Motor. Ah, so werden also diese Gebäude aussehen dann später. Ah, ich bin überfüllt. Das ist ja so eine Fliege an meinem Mikro. Ich hoffe, ihr habt sie jetzt gehört. Rampensau. Jetzt verziehe ich von meinem Mikro. Fass ich nicht. Komm, ich muss doch irgendwo ein Motor sein. Ich will nur nach Hause. Scheiße. Ihr müsst doch auch eine Werkstatt oder so geben, ne? Was mache ich denn jetzt? Ich könnte morgen früh... ...zurücklaufen zu dem Camp, das ich ausgelöscht habe. Da habe ich meine... Da finde ich hundertprozentig einen Motor. Da habe ich sie nämlich stehen lassen. Hier ist noch leer. In einer leeren Stadt gefangen. Geil. Einfach geil, Freunde. Ich kann die Tür durchzumachen, ne? Ich muss diesen... ...diesen Bereich hier kieren. Und jetzt kann ich hier... ...rum laufen. Hallo? Das ist Munition. Sehe ich doch. Die Kartoffel. Ich brauche einen Motor, keine Kartoffel. Ihr wollt mich verarschen, oder? Für ein bisschen Essen habe ich das gemacht. Ist das so? Ja. Tschüss, Hammer. Lieber ein vernünftiges Messer mitnehmen. Ja gut, schlafen wir hier. Essen und trinken nochmal was. Und dann... ...geht's ab. So eine Scheiße. Aha, ich bin direkt im Arsch. Ja, ich habe erst mal ein sicheres Zuhause gefunden. Da bin ich erst mal sehr, sehr froh drüber. Der Rest ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. So, den Platz können wir auch direkt füllen. Mit den beiden. Ich könnte eher was zu trinken gebrauchen. Meine Crowbar ist auch im Arsch, oder? Ne. Tja, da habe ich noch ein bisschen was. Ne. Muss man nicht verstehen. Da ist Wasser. Ja, ich meine... Mein Gott, dann schauen wir uns hier halt um. Geht's halt noch nicht nach Hause. Ihr habt da eine hübsche Tür. Ich will jetzt nicht sterben, Dude. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und töte sie. Als dass ich sterbe. Ja, hat sich jetzt nicht gelohnt, hier reinzuschauen. Ja, eine Batterie. Danke. Du bist wichtig. Dich nehme ich mit. Dafür verzichte ich dich auf ein Klebeband. Oh, hier sind doch zwei. Oh Gott, dann muss ich ja doch was wegwerfen. Ja, dann, äh, keine Ahnung. Tschüss. Gut, hier war auch nichts. Ich verschwinde, wenn es sein muss, meine ganze Munition hier in dieser Stadt. Hauptsache, ich bekomme meinen Motor. Ja, cool. Munition plus gemacht. Bottle of Water, das ist aber eine ganz neue Flasche. Ich will die Flasche haben, die ist unik. Was lege ich denn dafür weg? Jetzt ziehe ich mir einen Energy-Riegel rein. Dum 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 dum. Noch ein dum 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 dum. Jetzt habe ich wieder zwei Platz. Oh, gleich ist es an. Oh, das ist eine normale Wasserflasche. Ah, jetzt siehst du wieder so aus, oder was? Naja, gut, ich brauche Wasser. MP4. Tschüss, Hammer. Habe ich jetzt eine Alternative, ja? Also ich habe den. Ich habe die MP4. Oh, läuft. Richtig viel Munition, Alter. Das freut mich. Danke, Spiel. Danke, dass du endlich mal auf meiner Seite bist. Hier liegt überall Essen rum. Ich muss sagen, ich bin schon viel professioneller geworden, ne? In den letzten Folgen noch voller Mappkacken und plötzlich haue ich sie alle weg. Die sind da oben. Ihr habt mir in Schrecken eingejagt. Alter, Jungs. Huch. Wir hätten dich aufgemacht. Schieß doch! Was ist denn los mit dir? Habt ihr das gesehen? Der hat dich geschossen. What the fuck? Ja gut, ich habe eine gute Rüstung, ne? So schnell kann mir keiner was. Habe ich nur irgendwas, was ich nicht brauche. Nein, ich will Essen kochen. Ich brauche die Korotte. Hier Bandagen habe ich mehr als genug zu Hause. Okay. Oh, ein Pfeil. Mehr Pfeile, danke. Ich bin begeistert. Gut, wir haben jetzt noch keinen Motor gefunden, aber wir haben uns richtig schön equippt, ne? Muss ich dazu sagen. Dann ziehen wir uns... Ja gut. Dann ziehen wir uns mal nicht rein. Ich muss sagen, die Stadt ist eine Goldgrube, ne? Aber... Was ist gerade ne Wand? So, hier hatten wir ja unseren Feind getroffen. So. Hier höre ich noch Zombies, da gehen wir nochmal rein. Was machst du denn hier? Hä? Was hat der denn jetzt hier gemacht? Hier ist eine kleine Kirche. Oh Gott. Okay. Zwei Pfeile. Ich seh schon. Aber ich meine, wenn ich die Pfeile wieder bekomme, wieso sollte ich das nicht nutzen? Oh, noch ne MP4. Ich kann die Rifle-Ammo nicht aufheben. So, Rifle-Ammo aufheben. Nachladen. So. Ja, eigentlich muss ich die MP4 mitnehmen, ne? Eigentlich muss ich die MP4 mitnehmen. Oh, ich hab so viele Schrotz. Hab mir jetzt genug Essen dabei. American Eagle. Eine neue Waffe für mich. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Zwei Stück direkt. Oh, Gottes Willen. 3,6%. Wow. Das kann ich ja voll gebrauchen. Naja, aber ich hab sie dann wenigstens. Ich meine, ich kann sie theoretisch auch selber bauen, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Irgendwas, was ich wegwerfen kann. Das ist schon ordentlich Essen, ne? Ich hab ordentlich Essen. Auch 3,6. 3,8. So. Ein Pfeil hab ich nur zurückbekommen. Schweinerei. Fuck. Ja, den anderen hab ich wieder hingeworfen, wahrscheinlich, ne? Hab ich ja gar nicht richtig aufgehoben. Na, egal. Was ich schade finde, ist, dass ich das ganze Zeug hier nicht mitnehmen kann. Das könnte ich so gut gebrauchen. Aber daraus könnt ich hier unendlich Pfeile machen. Unendlich, Leute. Unendlich. Und 3. Unendlich mal 3 Pfeile. Stellt euch das vor. So, aber ihr seht schon, wir sind out of time. Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, ne? Vielleicht finden wir Motor. Vielleicht auch nicht. Aber in der Zeit hätte ich auch locker, wenn ich ehrlich bin, äh, sein, äh, äh, wenn ich ehrlich bin zu euch, äh, zum Dingens wieder laufen können, ne? Zum, äh, Wo die, wo die Banditen waren. Headshot. Geil. Ach, der Pfeil ist da. Alles gut. Na komm, erledigen wir nochmal hier alles. Komm, benutze die Treppe wie ein artiger Junge. Du? Oh, da. Wollte mich anschleichen. Der Pfeil ist weg. Na gut, dann werde ich den Pfeil vielleicht doch nicht mehr verwenden. Der ist mir dann doch ein bisschen zu kostbar. Ah, doch, da ist er doch. Ah, gut, ich hab sie alle wiederbekommen. Glaube ich. Es ist ein bisschen störend, dass man sie jedes Mal wieder equipen muss. Ne, mir fehlt ein Pfeil. Ja, ich soll sie nicht verwenden, ich weiß. Die sind so kostbar. Weil, äh, auf den Menschen kann ich einfach auf den Körper ziehen und das ist ja kaputt. Und das war's. Habe ich die irgendwo? Ach, das ist die Rifle-Ammo. So. Mal nachladen. Passt das ganze Magazin rein? Ja. So, benutze ich das Ding jetzt. So. Wenn ich zu viel Munition habe, muss ich halt Munition ausgeben. Wo ist jetzt mein Zeug, was ich hier hingeworfen habe? Was hab ich da hingeworfen? Ich weiß es nicht. Nehme ich halt Metall mit. Weiß nicht mehr, was ich da hingeworfen habe. Eine Axt. Eigentlich habe ich eine Axtmangel, aber. Naja. So. Na, jetzt hat es sich doch belohnt. Einmal die Axt ausgetauscht. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir, dass wir, äh, vielleicht doch zum Camp zurücklaufen, ne? Ja. Komm. Oder wir sehen uns hier in der Ecke noch ein bisschen um. Guck mal. Halt eine halbe Kirche. Ja, ist halt noch nicht fertig, der ganze Kram, ne? Gut. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.